Willkommen beim DOC Festival. 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 Ob Madman oder 007. Manchmal wünschen wir uns den gleichen Lebensstil wie den des Protagonisten, den wir abends im Fernsehen voller Neid und Bewunderung hinterhergaffen. Geld allein macht mich glücklich oder Erfolg macht in jeder Hinsicht einsam. Ist das eigentlich wirklich so? Ach hör doch auf. Wir reden uns doch alles nur ein, um den eigenen langweiligen Sesselpupser in uns selbst nicht wahrhaben zu lassen. Das Filmteam von A Modern Man begleitet den stinkreichen Erfolgssuch die Charlie Scene, der mit seinem Lebensstil seiner Goldeselgeige absolut gerecht wird. Er ist reich, schön, sportlich und smart und natürlich musikalisch hochbegabt. Als Sohn einer Milliardärsfamilie verbringt er die Pausen zwischen den Auftritten mit dem Kauf von teuren Autos und maßgeschneiderten Anzügen und pendelt zwischen den Häusern in Monte Carlo, London und in Florenz hin und her. Der Weg zum Stargeiger ist steinig und geflastert von lukrativen Angeboten als Model für Armani und Hugo Boss vor der Kamera zu stehen. Die Geschichte des Musikers ist das Drama des begabten Kindes. Wofür lebt Charlie, wenn er eigentlich schon alles hat, wofür andere kämpfen müssen? Macht der Erfolg in jeder Hinsicht einsam? Auch wenn der ein oder andere von uns höchstwahrscheinlich diese Probleme nicht in seinem eigenen Leben haben wird, lohnt es sich trotzdem, diese Welt mal kennenzulernen. Und damit wünsche ich viel Spaß im Kino. Doktet Ende.